Ein Jahr ist in vier Jahreszeiten aufgeteilt. Die erste Jahreszeit ist der Frühling, wenn der letzte Schnee schmilzt und es wieder wärmer wird. Die Pflanzen beginnen zu wachsen und zu blühen. Auch die Bäume im Wald zeigen die ersten Blätter. Der Sommer ist die zweite Jahreszeit. Die Natur ist überall grün und es wird richtig heiß. Der Herbst ist die dritte Jahreszeit. Wir pflücken Äpfel, Birnen und Pflaumen. Im Wald färben sich die Blätter bunt. Die vierte und letzte Jahreszeit ist der Winter. Es ist kalt, oft fällt Schnee und ihr könnt Schlitten fahren und Schneemänner bauen.